Hey Leute, Dein am Start mit Kylion. Schönen guten Abend, die Herren. Wir spielen Bad Wars. Und... Richtig. Wir haben einen grünen Namen. So wie die Villager Augen. Passend grün. Ich habe schon 30. Ähm... 36? Ich glaube, wir müssen zu unseren Diamanten. Ich glaube, ich allerdings auch. Wir spielen auf dem... Dust-MC-Server. Hast du schon Eisen? Ne, einer ist schon in der Mitte. Der holt sich das Gold. Ich will da nicht rüber. Gibt es ja auch Eisen. Ich hatte das Gefühl, hier gibt es gar kein Eisen. Oder ist da oben noch was? Ne. Kein Eisen. Aber hier müsste es doch Eisen geben, oder? Ne, ich glaube, da vorne geht es Eisen. Das kann auch sein. Warte, ich brauche mal. Wahrscheinlich hat jemand schon Bogen. Egal. Wir machen einen Dreierweg. Aber wir müssen unser Bett beschützen noch, wo es uns... Ja, wir müssen den Block beschützen. Der Block, glaube ich. Das ist der, das wir beschützen müssen. So, dann brauchen wir erstmal ganz viele Blöcke. Wir wollten eigentlich auf Gomme spielen, aber... Gomme ist gerade down. Mal wieder. Und deswegen... Spielen wir nicht auf Gomme. Selber schuld. Ich baue das mal zu, ne? Ja, mach das mal. Warte. Ich glaube, da vorne gibt es Eisen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, es gibt an diesen Ecken Eisen, glaube ich. Ja, ja, ja. In der Mitte war schon einer, glaube ich. Da gibt es Gold. Ja, da ist auch keiner mit dem Bogen. Och, nö. Ja, der schießt mich schon ab. Sauber. Schön. So ein... So eine Nervensäge. So. Ja, gut, der, glaube ich... Na? Ja, jetzt sitzt bald halt die anderen. Go, 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 go. Boah, voll viele Dings sind hier gespawnt. Und ja, Leute, ihr fragt euch, wie's ist passiert. Sie fragt euch bestimmt, wegen dem Community-Battle und wegen der Server-Affnung. So einiges. Okay, egal. Dazu, wir müssen da zu diesen Ecken hin, ne? Dazu kann ich nur sagen, dass ich mir jetzt erstmal Essen kaufe. Und zwar, das Community-Battle wird jetzt wiederholt am 31.01. ist das geplant. Eine Wiederholung. Das sollte dann eigentlich auch klappen. Und wir sollten kaum Probleme haben. Pass auf, ich glaube, der schießt auf dich. Ja, die campen, da ist das räudig. So. Können wir uns schon eine Kiste leisten vielleicht? Kiste? Wie willst du dir eine Kiste leisten? Ich glaube, dafür brauchst du ein Eisen. Ja, glaube ich auch. Ja, okay, dann lauf du mal wieder dahin. Weil da nicht fällt, ich habe so viele Kupfer schon im Inventar. Ich versuche das mal zu save. Ja, ich glaube, die gucken gerade nicht sehr gut. Ne, die gucken nicht. Jetzt springen einfach ran da. Ich weiß noch, ich habe den Jump nicht. Ja, bist du runtergefallen? Nee, ich chill hier. Schießen? Ich habe Eisen, ich habe Eisen, ich habe Eisen. Ich habe Eisen. Ja, du musst aufpassen, dass du heils zurückkommst. Warte erstmal, nimm erstmal ein bisschen Eisen auf. Ah, ah, es ist, es ist, es ist beschäftigt. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ja. Go, go, go. Er sieht dich nicht, er sieht dich nicht, lauf. Ich runterfallen, ich runterfallen, ich runterfallen, ich runterfallen. Nee, du bist safe, komm. Sehr schön, ein bisschen Eisen. Und das, dann wiederholen wir das Community-Mittel am 31. Vielen Dank, okay. Willst du nochmal, oh, nein, ich habe es zugebaut, wie dumm. Willst du nochmal Eisen holen gehen? Ja, ja, ich kriege nochmal Eisen. Okay. Auch Essen. Ja, ich habe Essen. Du musst aufpassen, dass sie nicht zu uns rüberkommen. Hier. Nee, ne. Lass erst mal Eisen holen und dann uns gute Rüstung machen und dann uns safe rüberbauen und dann schlachten wir alle ab mit Bogen. Okay. Dann hast du keinen Bogen mehr und dann machen wir. Aber ich kaufe jetzt schon mal, soll ich schon mal Schwert das kaufen? Ja, aber dann bleib hier, ne? Dann geh nicht, ähm. Ja, ja, ich bleib hier, dann holst du das, hol einfach Eisen. Nimm einfach nichts mit außer Essen. Okay, dann hole ich schon mal ein Schwert. Die Serveröffnung wird sich noch etwas verschieben, da wir halt eben noch ein bisschen was anderes vorhaben jetzt, als wir ursprünglich vorhatten. Einer, einer ist glaube ich, nee, der ist ganz gut. Das wird ganz geil, aber ich verrate noch nicht, was es ist, aber es ist eine richtig gute Idee, die es bis jetzt eigentlich so noch gar nicht gibt. Und deswegen wird das mit dem Server noch erstmal ein, zwei Monate dauern, schätze ich mal. Okay, der wartet jetzt aber da auf dich, der Rote. Ja, ich weiß. Ich. Ne, jetzt, ja. Jetzt fehlt da jemand anders. Okay, ich hab sieben, soll ich jetzt mit sieben Eisen nochmal kommen, ja? Ne, bleib lieber noch da mit sieben Eisen, dann kommen wir nicht so weit. Okay. Wir bräuchten Gold. Gold gibt's nur in der Mitte, ne? Ich glaub schon. Ja, dann müssen wir irgendwie zur Mitte kommen, ne? Ja, mein nicht, ja. Machen wir aber schon mal. Da, jetzt kämpft Blau gegen Dings. Blauer kämpft gegen den Roten. Du kannst eigentlich laufen, wenn du willst. Ja, ich hab acht. Reicht acht erstmal. Acht haben oder nicht haben. Na, die sind gerade beschäftigt, ja, okay. Okay, der Blaue hat gewonnen. Pass auf, der Blaue ist hinter... Na, ne, der zählt nicht. Okay. Gut. Sehr schön. So, dann gebe ich dir die mal wieder. Gut, dann kann ich dir... Willst du jetzt schon Rüstung holen? Das ist also eigentlich versuchen, ran... Ne, ich würde gerne versuchen, ranzubauen. Ja, dann bau ran und ich baue eine Kiste mit deiner Rüstung. Ja, genau. Du machst Sachen dann für uns und dann gehen wir go auf ihn. Weil wenn der tot ist, dann dauert das erstmal, bis er hier wieder herkommt. Okay, perfekt. Dann machen wir das so. Dann tue ich mir hier schon mal deine Sachen rein. Also mach schon mal meine Sachen fertig. Ja, einen Bogen können wir uns eh nicht leisten. Zack. Also ihr hattet euch ja Badwurst gewünscht. Und jetzt dachte ich mir, nehmen wir einfach mal Badwurst mit dem Kileon auf und... Ich bin fast dran. Okay. Du musst irgendwie versuchen, Gold abzugreifen, oder? Oder wollen wir die bashen? Wir können ja auch bashen. Ich bin dran. Ja, dann kaufe ich aber Schwerter für drei Eisen. Ja, der einen hat einen Bogen da hinten. Kann man hier... Wo kann man denn Gold absahnen? In der Mitte wahrscheinlich direkt. So. Du musst das Schärfe-2-Schwert nachher nehmen. Das liegt direkt neben dem Brustpanzer. Haha, nicht getroffen. Drei Herzen. Ich glaube, ich habe Gold. Oh, ich habe Gold, aber ich werde wahrscheinlich gleich sterben, oder? Ich weiß nicht. Drei, vier. Reicht müsste er reichen. Ja, vier. Er kommt zurück. Vier reichen. Vier reichen. Da kommt ein blauer. Vier reichen. Drei Herzen. Ist da jemand? Nee, da ist keiner. Ich sehe jetzt direkt keinen. Okay. Perfekt. Gesaved. Sauber. Drei hier in dem Duma. Ich packe in unsere Kiste. Okay. Wir brauchen erstmal eine Spitzhacke. Fällt mir gerade zu nebenbei ein. Also reicht für einen Bogen. Das ist sehr gut. Hier war die Spitzhacke, oder? Ja. Ja. Wir müssen aufpassen. Jetzt müssen wir aber aufpassen, ne? Nicht, dass sie jetzt hier rüber laufen und unsere Dings abbauen, ne? Daniel? Ja. Unser Bett oder unseren Diamanten. Ich bin jetzt verbunden mit der Mitte. Ja, die kann man da schnell abbauen. Das ist das Problem. Versucht, glaube ich, nochmal zu safen. Ich glaube, das geht noch. Ich glaube, da ist keiner mehr in der Mitte. Ja. Glaube ich allerdings auch. Wenn ich noch einen Bogen kriege, dann sollte, wäre das schon nicht schlecht. So. Okay, hier hast du jetzt vier Gold. Ich kaufe damit mal einen Bogen, ne? Na ja, ernst. Der hat das zugebaut oben. Ja, das ist natürlich ziemlich schlau gemacht. Ich kann hier, hier kann ich rausfallen, ne? Das Zug gebaut, aber noch ist eine Goldladung nicht da, aber die kommt gleich, hoffentlich. Und dann zu oben in der Mitte. Okay. Das weiß ich, was richtig geil wäre, wenn wir eine Ender-Chester haben, die Goldladung ist da. Ja, ich weiß nicht, ob es eine gibt. Warte, ich guck mal. Ne, ich glaube, hier gibt es keine. Soll ich noch einmal abwarten, obwohl, ne? Es gibt keine Ender-Chests. Der andere ist da, der andere läuft, aber er sieht mich nicht. Ne, der läuft da unten lang. Der läuft, der läuft, glaube ich, zu dir. Der läuft zu dir, Daniel? Daniel? Ja, ich habe den Bogen. Er läuft, er läuft, er läuft. Kriegst ihn, kriegst ihn. Du musst jetzt kriegen, ne? Ja, hab ich. Sehr gut. Dann sind die Sachen da? Nö, keine Sachen. Nein, die Sachen. Oh, ich werde abgeschossen. Hä, wir sind ja noch mit Blau. Naja, es sind nur noch die Blauen drin. Warte ich noch auf eine Ladung. Auf eine Ladung warte ich noch. Ich kaufe lieber noch ein paar besseres Schwert. Sieben. So. Mann, das dauert ja hier lange. Sag mal, wenn einer kommt, ne? Ich kaufe schon mal Ersatzrüstung für den Fall, dass wir sterben. Ja, das ist klug. Ne, die sind noch bei sich. So, die andere, eine Ladung ist noch da. So, jetzt komme ich runter mit 8 Gold. Perfekt. Ähm. Bisschen Rüstung habe ich reingepackt. Dann packe ich ein paar Blöcke rein. So, passt. Es stört. So, ich bin da mit 8 Gold. Okay, dann können wir jetzt hier noch einen besseren Bogen kaufen. Also, wir können einen für 7 kaufen. Ich nehme mir jetzt eine Dings, ne? Die, das, das, das. Warte, dann mal diesen Bogen und den Pfeil hier. Warte, da kommt keiner. Dann gehen wir gleich auf Angriff. Ja, würde ich auch sagen. Zack. Und ein Pfeil. Komm, noch mal ein bisschen essen. Ja. Ganz außen. Dann tun wir hier noch ein bisschen das rein. Da auch noch ein Schwert. Oder Schwert. Zack. 21 zu essen. Kauf dir ein gutes Schwert, wenn du kannst. Ähm. Wir haben noch Gold, ja. Ne, da. Okay, Gold. Ich habe Infinity 1, Infinity 1. Haben wir nichts Besseres? Haben wir kein Eisen mehr? Der eine holt sich Gold. Nein. Der blaue. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch rauf, oder? Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt rauf. Ich laufe einfach zur Mitte. Lass zur Mitte laufen. Ich bin jetzt in der Mitte. Und da gehen wir jetzt auch nicht mehr raus. Ja. Mitte. Die müssen ja über die Mitte zu uns kommen, wenn wir nicht schaffen sollten. Sehr gut. Ist oben einer drin? Ne, ne? Ne. Boah, Mist, ich kriege den nicht abgeschottet. Boah, du bist schon schlecht. Egal. Okay, hier ist keiner mehr. Wir sind die Letzten. Das heißt, wir gehen jetzt hier hoch. Hast du, hast du ein Dings? Hast du eine Spitzhacke? Ja. Wollte ich nicht. Läuft. Oh, hier ist Gold. Da. Ein Gold. Noch ein Gold. Noch ein Gold. Und noch ein Gold. Ich behalte die mal einen Blick, okay? Ja, ich behalte den Blick. Ich spamm die mal ein bisschen mit Bogen. Mach ruhig. So. Ein Treffer. In der vergangenen Woche gab es ja irgendwelche Anschläge in Paris, liebe Leute. Das habt ihr vielleicht auch mitgekriegt. Wie siehst du denn das, lieber Kilion? Ja, in der Schule haben wir ganz viel darüber geredet. Je suis Charlie. Oh, ich habe, glaube ich, einen runtergehauen, oder? Ja. Ähm, ja, also, was soll man dazu sagen? Es ist natürlich, Anschläge sind immer nichts... Nichts Hilfreiches. Ja, nichts Hilfreiches. Es ist immer nur, ich meine, anderen töten. Das ist, finde ich, sehr, 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 sehr traurig. Und egal, welche Menschen das sind, egal, wer sich da gegenseitig umbringt, es ist einfach nicht schön. Und ja... Okay, hier wird es nochmal ein bisschen gold. Ja, sehe ich genauso. Es ist natürlich jetzt schon ziemlich provokativ gewesen, was diese Zeitung dort gemacht hat. Also, ihr müsst es für die Leute, die es gar nicht mitbekommen haben. Also, eine Zeitung hat halt eben Satire. Es ist eine Satire-Zeitung. Das heißt, sie machen Karikaturen, die halt eben sehr provozierend sind. Und da haben sie halt eben auch welche über den Islam gemacht, also über den Propheten Mohammed. Und das hat halt eben extreme Islamisten so gereist, dass sie sich dachten, sie stürmen diese Redaktion und erschießen die zwölf Leute dort. Was sie dann auch gemacht haben. Ja, ist halt eben ziemlich hardcore. Ziemlich erschreckend gewesen, was sie da gemacht haben. Jetzt, 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 jetzt. Oh, er hat kein Knockback. Läuft! Oh mein Gott. Das ist auf jeden Fall schon mal heftig, dass er keine Henrik-Fallkart. Der nächste... Der nächste geht. Nein, der ist verschlecht. Komm in deren Base, ich rush einfach vor. Ja, geht du deren Base. Ich pass auf, dass sie nicht in unsere Base kommen. Ja. Der andere kommt zurück. Der andere kommt zurück, Daniel. Der ist abgebaut. Pass auf. Schaffst du ihn? Hab ihn schon, oder? Gut, ja, du hast ihn. Pass auf, er ist hinten... Nee, er müsste jetzt eigentlich mehr respawnen können. Dahinten, anders ist hier. Der letzte ist dort hinten. Nee, nee, er ist tot. Ich habe erst den Block abgebaut und dann... Ja, sehr schön. Ist der Typ gestorben von mir. Auf jeden Fall, das ist halt eben schon ziemlich schrecklich gewesen. Also... Ja, der andere ist auch untergegangen. Okay. Man kann natürlich beide Seiten verstehen. Wenn natürlich so eine Provokation vorliegt, ist das natürlich auch ein Grund, naja, auszurasten. Aber nicht in diesem Maße vielleicht. Und ich meine, die Meinungsfreiheit, also jedem Menschen ist es... Ja, jeder Mensch kann halt eben sagen, was er will. Das ist ja auch hier auf YouTube der Fall. Hier darf ja auch jeder sagen, was er möchte. Und er kann zu jedem Thema ein Video machen. Und da kann er sagen und behaupten, was er möchte. Und das ist ja auch das Schöne an YouTube oder wieso so viele Menschen auch YouTube gucken oder YouTube nutzen oder sich da selber Videos machen. Ja, das ist halt eben auch so ein Bestandteil von YouTube, dass man einfach machen kann, was man will. Man wird jetzt nicht beschränkt und man kriegt jetzt nicht gesagt, ja, auf YouTube darf man nur Gaming-Videos hochladen oder so. Sondern da ist einfach alles möglich. Von irgendwie irgendwelchen, naja, von irgendwelchen politischen Filmen bis hin zu einfach nur Comedy ist da alles möglich. Und wenn euch die Runde Bad Wars gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da. Und Kilian, du hast das Wort zum Schluss. Vielen Dank für die Zuschauerzahl und bis zum nächsten Mal. Ciao.